ganz ruhig ganz ruhig die merken auch nicht dass der Kumpel hier oh shit da wollte ich wieder aus oh 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 Was? Was? Vielen Dank. Ja, ich glaube, dann mache ich zuerst den hier, der gleich wieder zu mir kommt. Komm, es ist nicht immer in den hier, Sam. Bleib einfach da. Bleib einfach da. Uh, eine AK. Alles klar. Da sollte man jetzt zu mir kommen, mal langsam. Komm schon. Jetzt kommt er. Oh shit, oh shit. Ich sollte abhauen. Nichts. 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 Das ist nicht hier. Ich weiß. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Sehr gut. Barock. Alles klar. Schnell weiter, würde ich sagen. Wenn ich aufhöre. Okay. Los geht's. Weiter, weiter, komm. Nathan. Nathan. Oh, fuck. Ein normaler Werksteller würde jetzt sterben oder so. Nicht Nathan Drake. Wir kommen jetzt aber nicht einfach so dahin. Hä? Da geht's. Toll. Toll. Der Klugscheißer, der mir erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Shit. Shit. Holy crap, Junge. Was war das denn? Was war das denn? Ich konnte ja nicht... Ja, ich weiß. Ich bin... Ich bin... zurückgeblieben gerade. Ich bin... 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 Ja, cool, ne? Richtig krass. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Durchatmen. Wir müssen noch mehr rutschen. Das hier sieht etwas gefährlicher aus. Woah, 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 woah! Woah, woah, woah! Shit. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Klar! gleich einfach nochmal, aber no, Sir. Wollte keiner. Schaffst du, Sam? Ja, alles dabei. Okay. Wem sagst du das? Ja, das ist mir klar. Und danke, dass du mir den Weg zeigst. Womit? Ah, okay. Okay, Sam. Ja. Ja, dann könnte ich mich gewöhnen. Hey, hilf mir mal. Sam? Hey, ich hab's bloß. Okay, komm. Da werden wir. Das stimmt. Mensch, das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, heiliger Dismas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Hey, Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Enter-Messer. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. okay. Okay, ich guck mir grad nochmal durch. Ah, okay. Okay. Alles klar. Äh, 1659, 1699, ne? Entweiden wir ein paar Gräber. Los. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Nope. Das ist es auch nicht. Schwerter. Oh, ich hab's, glaub ich. Ah, verdammt. Oh, ich hab's, glaub ich. Nee. 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 Nope. Nope.